Das Leben ging weiter. Aber ich habe nun nichts vergessen. Weder den Wald, noch die Kammer, noch dein Fahrrad. Nun sind wir alt geworden. Beide. Du verkommen und ich von den Messern der Chirurgen zerfleischt. Und jetzt will ich, dass wir abrechnen. Du warst jung und schön. Dir gehörte die Zukunft. Ich wollte dein Glück, da musste ich auf das meine Verzicht. Und nun ist die Zukunft gekommen. Dies ist die Geschichte. Ein Richter, ein Angeklagter, ein falscher Zeuge, ein Fehlurteil vor langer Zeit. Ist es nicht so, Klägerin? Verjährt, alles verjährt. Es ist eine alte, völlig verrückte Geschichte. Was geschah mit dem anderen Kind, Klägerin, den Ihnen? Ich lebte ein Jahr. Was geschah mit Ihnen? Ich wurde eine Dünne. Weshalb? Das Urteil des Gerichts machte mich dazu. Und nun wollen Sie Gerechtigkeit, klärt Zahranassian. Ich kann sie mir leisten. Kein Mensch will großziehen. Die Stadt macht Schulden. Mit den Schulden steigt der Wohlstand. Er steigt und steigt und mit dem Wohlstand hat die Notwendigkeit, mich zu töten. Die Menschlichkeit ist für die Börse der Millionäre geschaffen. Mit meiner Finanzkraft leistet man sich eine Weltordnung. Die Welt machte mich zu einer Hube und nun mache ich sie zu einem Bordell. Wer nicht blechen kann, muss hinhalten, will er mittanzen. Und ihr wollt mittanzen. Dann ständig ist nur mehr Zeit. Und ich zahle Gülen für einen Mord. Und ich zahle Gülen für einen Mord.